Herzlich Willkommen zum Video-Advance-Kalender, heute mit Fetty und, äh, Jojo. Hi. Hallo. Weihnachten ist ja das feste Überraschung und Überraschungen mag ja jeder und Überraschungen sind auch gut. Und ich hab gehört, du bist eine der Hauptrollen bei uns im Krippenspiel. Äh, nee. Nicht mehr, aber dafür ist sein Bruder jetzt die Hauptrolle der Nata. Der wusste zwar nichts und hat heute früh gesagt, also ich fragte, er müsste eine größere Rolle haben. Und er so, nee, Fetty, ein Satz reicht und jetzt? Jetzt hat er eine Hauptrolle. Ich finde das super. Der Kaffee, nein, der, der, der Kaffee, der wird erst noch. Also, doch, doch, aber den machen wir erst dann am Ende an. Danke. Der wird. Achso. Ja, wir sind gerade bei der Adventsmusik und wir haben fleißig hier schon alles bisschen aufgedeckt und schöne Dinge gemacht, zum Beispiel Kaffee und Kuchen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also, ich, willst du noch was sagen, zum Nata? Nö. Nata, du hast es verdient. Nee. So, jetzt gucken wir uns das mal alles an. So, da, also, hier ist Kaffee und Kuchen. Und hier haben wir das ganze Gedeck. Aha. Ja. Wundert euch nicht für die Kamera, ich hab vergessen, meine richtige Kamera mitzunehmen. Und jetzt schauen wir uns doch mal ganz schnell die Musiker an. Denn wir sind gerade im Adventshaus und hier wird gerade, äh, die Christfester, aber nicht Christfester, sondern Adventsmusik vorbereitet und gesungen. Und schauen wir doch mal. Na gut, jetzt sind wir gerade, äh, fertig. Tänken, Zinfen, da. Ja genau, sprechen war wichtig, das ist der Chor. Und ich zeig euch dann später noch ein bisschen mehr. Bis gleich. Hallo Nata, die Kamera ist da. Ähm, Weihnachten ist das fest eine Überraschung und... Überraschung macht hier jeder. Und ich hab gehört, du hast beim Krippespiel nur einen Satz bis auf heute. Hm? Hier wurde heute eine Überraschung gefunden getan. Du hast eigentlich bis jetzt nur einen Satz... Also heute früher, dass du nur einen Satz... Ja. Ähm, das ist Nata und er hat nämlich jetzt die Mit-Haupt-Rolle bekommen und darf jetzt ganz, ganz viel lernen und freut sich total, oder? Nein. Nein. Und da... Ich möchte nicht. Da war Doro und Doro hat dann die andere Rolle, war eine coole Rolle. Kommt noch zum Krippespiel am 24. um 15.30 Uhr. 15.30 Uhr. 15.30 Uhr. In der Rent-Haus. So, jetzt gucken wir uns mal schnell die Maske dran. Und, freust du dich schon? Freust du dich schon? Ja. Cool. Du musst jetzt auch noch den Probeplan ausfüllen, dass wir klar sind. Ich liebe es, wenn Leute begeistert sind. Ciao. Und, freust du dich schon? Und, freust du dich schon? Weil jeder Mensch Geschenke mag und Gott das Größte bietet. Halleluja, Weihnachten ist mehr als nur ein Fest. Weil uns Gott im ganzen Jahr die Maske leist. Ein Freude ist mehr als nur ein Fest. Und, freust du dich schon? Ein Freude ist mehr als nur ein Fest. Und, freust du dich schon? Und, freust du dich schon? Mit deinem Fest, wenn du dich emotional mitunterladen mit unserem Tag? Und, freust du dich schon? Oder another notwendig ist. Und, freust du dich schon? Oder böse? Mit einem Abkommen ist mehr als nur ein Fest. Und, freust du dich schon? Das ganze Jahr, die ganze Zeit, die ganze Zeit ist.